Heute vergleichen wir alle nicht nachhaltigen Emerging Markets ETFs. Darunter fallen die bekannten ETFs von MSCI und FUZI, aber auch Varianten wie Emerging Markets Asia, IMI oder XChina. Legen wir los! Hey, mein Name ist X7 und es ist mal wieder Zeit für ein ETF-Ranking-Video. Bevor ich auf die Unterschiede der verschiedenen Indizes eingehe, beginnen wir mit einem kurzen Statement, wie ich aktuell zu Schwellenland-ETFs stehe. Im Anschluss schauen wir uns alle ETFs im Detail an. Bevor wir loslegen, drei kurze Hinweise. Erstens, falls du noch keinen Broker hast, schau dir gerne meinen Broker-Vergleich auf meiner Website an. Zweitens, falls du Finanzprämien einsammelst, findest du auf meiner Website eine Übersicht aller aktiven Neukundenboni. Und drittens, schau gerne mal auf meinem Discord-Server, auf Instagram oder Twitter vorbei. Alle Links findest du in der Beschreibung. Kommen wir zum Thema. Gerade in der aktuellen Zeit wird zunehmend kontrovers diskutiert, ob ein Schwellenland-ETF nach wie vor in ein Portfolio gehört. Die Gründe, ein Emerging Markets-ETF zu verkaufen oder gar nicht erst ins Depot aufzunehmen, sind leider vielfältig. Wie einige vielleicht wissen, habe ich auch Anfang des Jahres meinen iShares Emerging Markets IMI ESG Screened ETF wie auch alle chinesischen Aktien verkauft. Zugegebenermaßen, ich hatte nur zwei im Portfolio. Und ich bin sehr froh darüber. Trotzdem kann ich auch jeden verstehen, der Schwellenländer trotz aller Missstände zur Diversifizierung als Portfolio-Baustein nutzt. Aus diesem Grund wird mein Emerging Markets Ranking jedes Jahr weitergeführt. Es gibt Emerging Markets Alternativen, allerdings nicht viele. Dazu habe ich bereits ein Video aufgenommen. Den Link dazu findest du natürlich auch in der Beschreibung. Aktuell arbeite ich an einem detaillierten Artikel zu diesem Thema und demnächst erscheint auch ein Video, in dem ich neue ETF-Strategien explizit ohne Emerging Markets ETF vorstelle. Also darauf kannst du dich schon freuen. Schauen wir uns nun die unterschiedlichen Indizes an. Wir vergleichen fünf verschiedene. Einmal Ex-China, einmal Asia, den klassischen Emerging Markets, dann FTSE Emerging und Emerging Markets IMI. Und wir achten auf folgende Kategorien. Anzahl der Positionen, Gewicht der Top 10, China, Indien, Taiwan und Südkorea Anteil. Das sind die vier Länder, die in allen Indizes am höchsten gewichtet sind. Und dann natürlich auch noch die größten Positionen. In der Mitte steht der klassische MSCI Emerging Markets ETF. Aktuell 1387 Positionen, was heißt aktuell Stand September 2022. Das ist schon ein bisschen was her, aber die Indizes aktualisieren ihre Factsheets nicht jeden Tag. Deswegen sind das die aktuellsten Daten. Am höchsten gewichtet ist natürlich China, gefolgt von Indien, Taiwan und Südkorea. Dieses Gewicht kann sich natürlich jederzeit verändern. Je nachdem, wie schlecht die chinesischen Aktien in den nächsten Monaten performen. Gehen wir zuerst zur linken Seite. Hier nehmen die Anzahl der Positionen ab. Wir schauen uns den Emerging Markets Asia an. Wie der Name verrät, sind hier nur asiatische Schwellenländer enthalten. Das heißt, alle anderen Schwellenländer fliegen hier raus. Prinzipiell ist das eine interessante Strategie. Vor allem, weil viele davon ausgehen, dass das zukünftige Wachstum der asiatischen Schwellenländer höher ist, als das der normalen Schwellenländer. Aber wir haben ein Problem. Und das ist der China-Anteil, der aktuell bei 40,33% liegt. Dieser Anteil ist vielen Leuten viel zu hoch. Mir persönlich wäre dieser Anteil auch viel zu hoch. Ich wünschte, es würde einen Emerging Markets Asia Ex-China ETF geben. Gibt es Stand heute leider noch nicht. Da einige Schwellenländer rausfallen, sind hier auch Indien, Taiwan und Südkorea dementsprechend höher gewichtet. Der Anteil der Top 10 kommt aufgrund der geringeren Anzahl der Positionen auf 28,55%. Und dann haben wir noch einen Index, der China ausklammert. Ein Index, der mir prinzipiell sehr gut gefallen würde. Hier haben wir nur 666 Positionen. Also wir sehen, dass einige rausfallen. Gewicht der Top 10 liegt bei 23% und der China-Anteil liegt eben bei 0%. Indien kommt auf 22, Taiwan auf 20 und Südkorea auf 15%. Was ist das Problem dieses Index? Es gibt eben kaum ETFs. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Auf der rechten Seite sehen wir dann FUZI Emerging, also das Pendant zum MSCI Emerging Markets von Vanguard. Hier haben wir 1990 Positionen. Gewicht der Top 10 liegt bei etwas über 20%. Der China-Anteil ist hier etwas höher, kommt auf 33%. Indien kommt auf 18% und Taiwan auf etwas unter 15%. Und ja, Südkorea fliegt hier komplett raus. Und das ist eine Besonderheit bei FUZI. FUZI bezeichnet Südkorea bereits als Industrieland. Deswegen ist in dem MSCI World Pendant von FUZI bereits Südkorea enthalten. Warum sind hier trotzdem mehr Positionen enthalten? Weil im FUZI Emerging mehr Small Caps enthalten sind als im normalen Emerging Markets ETF. Und wer jetzt die volle Ladung von Small und Micro Caps haben will, der greift auf einen Emerging Markets EMI zurück. Hier haben wir ganze 3.210 Positionen. Gewicht der Top 10 unter 20% bei etwas mehr als 19%. China mit 28% gewichtet. Dann haben wir 16%, 14% und knapp 11% bei Südkorea. Aber eine Besonderheit, beziehungsweise zwei Sachen. Als allererstes, Index entspricht nicht gleich ETF. Das kann man nicht 1 zu 1 auf die ETFs übertragen. Vor allem, weil viele ETFs eben optimiert abgebildet werden. Das heißt, es werden nicht alle Positionen 1 zu 1 gekauft. Und viele Emerging Markets ETFs sind auch synthetisch. Und Nummer 2. Wenn wir uns die größten Positionen anschauen, dann sehen wir erstaunlich viele Übereinstimmungen. Also wir haben in fast allen Indizes dieselben Positionen, die natürlich unterschiedlich gewichtet sind. Und einige fliegen natürlich raus, wenn beispielsweise hier China komplett ausgeklammert wird und hier Südkorea komplett ausgeklammert wird. Aber wenn man es streng nimmt, sehen die Top 10 sehr, sehr ähnlich aus. Kommen wir nun zu den konkreten ETFs. Diese Tabelle und auch die eben verwendete kannst du übrigens als Kofi-Mitglied downloaden und damit selbst arbeiten. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Also wenn du daran interessiert bist, schau einfach mal vorbei. Damit würdest du meinen Kanal und natürlich auch meine Website unterstützen. Wir schauen uns nun 26 verschiedene Emerging Markets ETFs an. Ich kommentiere jede Spalte und erkläre die verschiedenen Farben. Und wir beginnen auch direkt hier vorne, hier sehen wir eben alle aktuell verfügbaren Emerging Markets ETFs. Und zwei verschiedene Arten von ETF sind hier schon farbig markiert. Und das sind zum einen die Luxor ETFs und zum anderen die Amundi ETFs. Was hat es damit auf sich? Ich habe es schon in 100 Videos erwähnt. Amundi hat Luxor übernommen. Dementsprechend passiert in den nächsten Wochen und Monaten einiges mit den Luxor ETFs. Sie werden entweder umbenannt, fusioniert oder geschlossen. Das, was man nicht will, ist ein ETF zu besparen, der in zwei Monaten vielleicht geschlossen wird. Deswegen warne ich aktuell davor, in Luxor ETFs zu investieren. Vor allem in diejenigen, die ein geringes Fondsvolumen haben. Und hier passiert auch wirklich was. Ich war letztens auf der Luxor Seite und am 12. Oktober gab es verschiedene Mitteilungen an Aktionäre. Hier haben wir ein Beispiel. Der Luxor MSCI Japan ESG Leaders Extra wird in den Amundi Index MSCI Japan SRI PAP verschmolzen. Das heißt, hier passiert wirklich was. Es hat Ewigkeiten gedauert, aber so eine Verschmelzung, Liquidierung oder Umbenennung dauert immer eine Zeit. Also Umbenennung ist das, was am einfachsten ist. Aber Verschmelzen und Liquidation sind die unangenehmsten oder komplexesten Themen. In der nächsten Spalte sehen wir die verschiedenen Indizes. Da gibt es noch einen, den ich eben nicht erwähnt habe. Das ist der Selective GBS EM, aber der ist nicht so relevant. Aktuelles Fondsvolumen liegt auch nur bei 7 Millionen. Also ja, aktuell wie gesagt, noch nicht so relevant wie alle anderen. Falls hier in Zukunft was Besonderes passieren sollte, werde ich dir natürlich dann in Zukunft mal genauer vorstellen. Also wir haben Emerging Markets Asia, Emerging Markets IMI, FUZI Emerging und tausende MSCI Emerging Markets. Also hier sehen wir schon, wie die einzelnen Indizes verteilt sind. Ganz interessant, aktuell gibt es nur einen MSCI Emerging Markets Ex-China ETF in dieser Tabelle zumindest. Ich habe schon mal ein Video über Emerging Markets Ex-China aufgenommen. Das verlinke ich hier auch in der Beschreibung. Da gibt es noch einen von iShares. Das Problem ist, dass dieser ETF nicht an deutschen Börsen handelbar ist. Man kann ihn zwar als Sparplan bei Trade Republic abschließen, aber der Spread ist extrem hoch. Deswegen habe ich diesen ETF in dieses Ranking erstmal nicht aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Videos wusste ich noch nichts davon. Jetzt bin ich schlauer. Es gibt dazu in Zukunft, wie gesagt, eben einen aktualisierten Artikel. Und dann nächstes Jahr eben wahrscheinlich nochmal ein Video über Ex-China Emerging Markets ETFs, wenn es dann hoffentlich ein paar mehr ETFs gibt. So, in der nächsten Sparte sehen wir das Formvolumen. Bei den meisten muss man sich einfach keine Sorgen machen, die sind groß genug. Und dann kommen wir jetzt zu den Kosten. Die TER reicht von 0,12 bis zu 0,65. Schwellenländer sind in der Regel deutlich schwieriger abzubilden als Industrieländer. Deswegen ist es normal, dass diese Art von ETF etwas teurer ist als ein normaler MSCI World. Aber wir sehen eben, dass sehr viele ETFs mittlerweile wirklich zu sehr geringen Kosten zu haben sind. Also bis zu 0,23 kann man wirklich absolut nichts sagen. Das Problem dabei ist, die TER reicht nicht aus, um zu sagen, ob ein ETF günstig oder teurer ist. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es schwieriger ist, Schwellenländer als Industrieländer abzubilden. Und das spiegelt sich in der Tracking Difference wieder. Tracking Difference nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wir bilden ja immer einen Index ab und unser ETF soll ja 1 zu 1 wieder Index laufen. Das wäre optimal. Wenn er besser läuft, ist die Tracking Difference negativ. Wenn er schlechter läuft, ist die Tracking Difference eben positiv. Und nehmen wir als Beispiel hier den Luxor Emerging Markets. Wir haben eine TER von 0,14, aber eine Tracking Difference von 0,44. Das heißt, dieser ETF ist teurer, als die TER suggeriert, weil wir eben diese Abweichung von 0,44% haben nach den Kosten. Anders sieht es bei dem Aisha Score Emerging Markets IMI aus. Dieser ETF hat eine Tracking Difference von 0,09. Das heißt, er schlägt zwar nicht seine Benchmark, sonst wäre der Tracking Difference wert negativ, aber die Tracking Difference ist niedriger als die TER. Das heißt, dieser ETF ist günstiger, als die TER suggeriert. Das wäre natürlich in diesem Fall optimal, aber ich sage dazu nur so viel. Eine höhere Tracking Difference kann man bei Schwellenländern eher akzeptieren, als bei Industrieland-ETFs. In der nächsten Spalte sehen wir die Anzahl der Positionen und wie auch schon bei den Indizes eben gesagt, der Emerging Markets IMI ist eben derjenige, der die meisten Positionen abbildet. Und der Aisha Emerging Markets Asia bildet hier in diesem Beispiel die wenigsten Positionen ab. Ähnlich sieht es beim Anteil der Top 10 aus. Normalerweise will man hier eher einen geringeren Wert, damit der ETF eben nicht so abhängig von 0,10 Positionen ist. Den geringsten Wert haben eben wieder diese IMI-ETFs und den höchsten hat der Aisha Emerging Markets Asia. In der nächsten Spalte sehen wir den China-Anteil. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich bevorzuge es, dass der China-Anteil so gering wie möglich ist. Und da gibt es eben nur einen, der auf 0% kommt. Das ist der Luxor Ex-China ETF. Bei den anderen, ja, liegt es so im Rahmen zwischen 24 und 28%. Und dann gibt es noch ein paar, die eben einen deutlich höheren China-Anteil haben. Das sind eben die Emerging Markets Asia ETFs, die sogar beim Spider auf 39,5% kommen. Daneben haben wir noch Indien, Taiwan und Südkorea. Hier gibt es keinen besser oder schlechter. Ich habe nur mal die markiert, die eben den höchsten Wert haben. Das sind diese hier und die, die den geringsten Wert haben, das sind diese ETFs hier. Kommen wir nun zum spannendsten und traurigsten Teil dieses Videos, der Performance. Und meine Güte tut das weh in meinen Augen, wenn wir uns eine 5-jährige Performance anschauen und der beste Wert bei 4,54% liegt und fast alle anderen ETFs negativ performt haben. Das heißt, wenn man diesen ETF vor 5 Jahren gekauft hat, hat man sage und schreibe 4,54% Rendite erwirtschaftet. Plus, minus natürlich etwas, je nachdem wann man wie eingekauft hat etc. Aber es ist wirklich schlimm, dass diese Region über 5 Jahre größtenteils eine negative Rendite abgeworfen hat. Das ist eben das Risiko der Schwellenländer, das man auch vor einigen Jahren nicht hätte einfach runterspielen dürfen. Schwellenländer sind nicht ohne Grundschwellenländer und hier ist das Risiko deutlich höher, eine negative Rendite zu erzielen als bei Industrieländern. Auf 10-Jahres-Sicht sieht es Gott sei Dank etwas besser aus. Hier gibt es keinen, der negativ performt hat, das wäre auch ziemlich schlimm. Der beste kommt auf eine Rendite von 58,94% und das ist eben ein Emerging Markets Asia ETF. Der schlechteste kommt allerdings auf 27,3%, was auf 10-Jahres-Sicht auch ziemlich schwach ist. Ein Aspekt ist noch wichtig, nicht alle sind sparplanfähig. Das ist zum einen der HSBC MSCI Emerging Markets, dann der X-Trackers MSCI Emerging Markets und der UBS MSCI Emerging Markets SF. Das sind aber meistens nur Varianten und Neuauflagen. Es gibt ja den X-Trackers MSCI auch thesaurierend und dieser lässt sich besparen. Diese ETFs sind wie gesagt teilweise auch noch jung, das heißt das Sparplanangebot könnte in den nächsten Monaten noch dazukommen. Was sind also meine Favoriten, wenn ich dazu gezwungen werde, einen Emerging Markets in mein Portfolio aufzunehmen, was Gott sei Dank nicht der Fall ist. Ganz klar vorne mit dabei sind die iShares Core MSCI Emerging Markets EMI ETFs. Diese haben zwar nicht sonderlich gut performt, aber zählen eben noch zu denen, die am besten performt haben. Eine 10-jährige Performance sehen wir bei beiden noch nicht, weil diese eben noch nicht so lange am Markt sind. Das sehen wir dann in zwei Jahren. Ansonsten sehr gut ist natürlich auch der Vanguard Fuzzi Emerging Markets ETF, beziehungsweise beide davon. Die ausschüttende Variante ist schon deutlich länger am Markt seit 2012, die thesaurierende erst seit 2019. Deswegen haben wir hier beim Ausschüttenden natürlich eine längere Historie. Was halte ich von Emerging Markets ex China? Finde ich sehr interessant. Wir sehen auch, dass wir auf ein Jahressicht die beste Performance hatten mit minus 13 Prozent, weil eben China komplett ausgeklammert wird. Und auf drei Jahren haben wir auch die beste Performance. Die einzige nicht negative Performance, das heißt schon was. Dementsprechend würde es auf 5- und 10-Jahressicht wahrscheinlich auch deutlich besser aussehen als bei den anderen. Dieser ETF ist aber noch ziemlich jung. Mein Problem, dieser ETF ist von Luxor. Das heißt, wir wissen aktuell noch nicht, was mit diesem Luxor ETF in Zukunft passieren wird. Es gibt sogar von Amundi einen ex China ETF. Allerdings ist das ein nachhaltiger ETF und man kann ihn in Deutschland noch nicht handeln. Also ich bin gespannt, was mit diesem ETF in Zukunft passieren würde. Ansonsten finde ich diesen ETF sehr interessant. Es ist aber eben noch riskant, weil man aktuell nicht weiß, was Amundi mit dem Luxor ETF anstellt. Und was halte ich vom Emerging Markets Asia ETF? Prinzipiell interessante Strategie. Wir haben ja hier sogar auf 10-Jahressicht die beste Performance. Mein Problem ist, dass der Schieneanteil in diesen ETFs eben viel zu hoch ist. Deswegen lautet meine Bitte an alle ETF-Anbieter, bitte bringt ein Emerging Markets Asia Ex China ETF raus. Sehr gerne, sogar nachhaltig. Den würde ich sofort in mein Portfolio aufnehmen und da ein paar Millionen Euro reinklatschen. Nein, natürlich nicht, aber ich muss den ETF-Anbietern natürlich ein Argument liefern, warum sie diesen ETF rausbringen sollten. Mich wundert es wirklich, dass trotz all dieser Missstände und dieser dramatischen Situation aktuell in der ganzen Welt, was Politik angeht und was Krieg angeht etc., dass es kaum Emerging Markets Ex China ETFs gibt. Das ist wirklich unfassbar. Ich denke, dass sehr viele gerne so einen ETF besparen würden. Das war es mit meinem heutigen Ranking. Ich hoffe, es hat dir gefallen und geholfen. Wie gesagt, schau gerne mal auf meine Website vorbei, in meinen Artikeln und schau gerne mal auf Ko-Fi vorbei, wenn du diese Tabelle downloaden möchtest. Du musst es auch nicht jeden Monat bezahlen, es reicht auch einmal und dann kannst du es natürlich kündigen. Dann kriegst du alle Tabellen, die ich bis dato schon erstellt habe. Die sind alle in meinem Ko-Fi-Profil hochgeladen. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir sehen uns in einem zukünftigen Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.